Eine Ruine der alten Werbe. Könnte sich lohnen, mal reinzuschauen. Vielleicht finde ich etwas. Also, was haben wir hier drin? Da drin ist ein Relikt. Aber wie komme ich da ran? Da drin ist auch ein Schlüsselmodul. Untertitelung des ZDF, 2020 Eine Kiste, die könnte helfen. Die Kiste, die Kiste, die Kiste, die Kiste. Was ist das? Also... ...hat geklappt! I don't know what to do. Ich glaube, ich kann die Tür öffnen. Alles klar. Noch eins dieser Relikte.